Sie wissen ja, dass die gesetzlichen Krankenkassen immer weniger erstatt sind, Herr Benka, ja? Ja, das ist sehr teuer geworden, right? Ja, das stimmt, genau. Jetzt bei denen es hinfahren, zu Behandlungen machen, das ist bei Narkose gewesen, weil eines abbrechen. Scheißen, sei Krankenkasse nix mal Taxi für Heimfahrt bezahlen, right? Ja, das sowieso und die Behandlung beim Zahnarzt müssen Sie ja auch selber bezahlen, ja? Oder halt den größten Teil, genau. Den meisten, das ist einfach so. Nein, da kann man was dagegen tun, Herr Benka. Ja, das ist mal besser gewesen. Damals, damals, vor vielen, vielen Jahren in einer anderen Welt. Ja, ich weiß es. Ich habe auch meine erste Krone bekommen vor, wie heißt es, vor 30 Jahren oder 35 Jahren. Da bin ich hingegangen, habe die Krone bekommen und bin wieder rausmarschiert und habe nie eine Rechnung gesehen, ja? Ja. Das hat alles noch die gesetzliche Krankenkasse bezahlt. Das gibt es aber heute leider nicht mehr. Ja, das ist alles kaputt machen. Alles kaputt. Ja, das Gesundheitswesen ist ziemlich kaputt und der Zahnarzt ist mittlerweile schon der teuerste Arzt, zu dem Sie gehen können, ja? Wahrscheinlich. Jetzt mal eine Frage. Da kann man ja aber was dagegen tun. Deswegen rufe ich ja auch an. Ja? Wie jung sind Sie denn? Wie bitte? Oder wie alt sind Sie, Herr Benka? Nein, ich bin zu alt. 81 geboren. Das ist doch nicht alt. Dann sind Sie gerade mal 37. Das ist sehr alt. Ich bin schon mal jünger gewesen. Ja, ich auch. Das sind wir alle mal. Okay, Sie sind gesetzlich krankenversichert. Das habe ich ja schon rausgehört, ja? Ja, ich will immer an Gesetzen halten, Leute. Ja, nein, gesetzlich sind Sie krankenversichert. Das ist wichtig, ja? Ja. Für die Zahnzusatzabsicherung. Und jetzt mal eine Frage. Was Ihre Zähne betrifft, ja? Haben Sie noch alles gute Zähne in einem sehr guten Zustand? Oder haben Sie auch schon Zahnersatzkronen, Brücken? Beide, right? Und Implantation, okay? Oh, okay. Die Implantate waren natürlich sehr teuer, gell? Ja, das ist sehr teuer gewesen. Ich bin das so... Ich mache so Filmsachen bei Freizeit, right? Und da ist so ein Mann bei Internet, der immer so Video machen. Und ich wollte besuchen und Interview machen, den wir schlagen. Und zahlen kaputt. Dann muss der aber bezahlen. Ja, aber erst einmal muss man ja selber bezahlen. Und dann muss man bei Gericht anrufen und sagen, hallo, der will mir angreifen, right? Und dann muss man eine Kontrolle machen. Nee, Anzeige erstatten bei der Polizei erst einmal, bevor man zu Gericht kommt. Ja, ja. Aber das liegt da hingehen und sagen, reiner Ruhe und der dann angreifen. Ach du meine Güte. Ja, weil der hat rumschreien. Der hat gesagt, der soll nicht so rumschreien. Mhm, mhm. Ganz ruhig haben sie es gesagt und dann sowas. Und ganz böse Menschen. Ja, gibt es also. Die gibt es, ja. Aber die gibt es überall. Ja, das ist gefährlich, weil ich habe das halt gefährliches Beruf nehmen und jetzt immer schwieriger werden. Okay. Was haben sie denn für einen gefährlichen Beruf? Und ja, ich bin Clown. Ah, okay. Ja. Ja, früher das kann sie losgehen mit Pappnass und bei Menschen Spaß machen. Jetzt bei letztem Silvester, ich bin mit meiner Sohn, sollten wir das jetzt Clown-Azubi bekommen. Ja, okay. So kommen wir zu einer Party bei einer Softwarefirma, diese Silvester-Party für Angestellte machen und die alle betrunken wie das letzte Kamelle. Und wir dann da reinkommen und die, äh, denken wir Killer-Clown und dann Angreifung machen. Ah. Ja, ja, gut, wegen diesem Film eh. Ja, dass sie ja vorher ausschauen, sich Leute immer verkleiden und mit Kette-Säck rumlaufen. Right? Ja, 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 ja. Stimmt, 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 ja. Das ist schlimm. Ja, 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 das ist natürlich schon. Und dann der eine dazu auf uns zu laufen, ich bringe euch alle in die Forensik, ich bringe euch alle in Gefängnis und wir dann weglaufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wir müssen dann trotzdem Bezahlung machen, weil wir wollten ja Arbeiten machen, aber die nichts lassen. Ja, klar, natürlich, natürlich, weil sowas geht ja gar nicht, also furchtbar. Herr Benka, jetzt kommen wir zurück zur Zahnzusatzabsicherung. Ja. Ja, also die Implantate haben sie ja und die wären bei uns auch immer mit abgesichert, ja. Das heißt, wenn mit ihren Implantaten irgendwas wäre, sind die abgesichert. Was bedeutet? Ja, dass es versichert wäre, über die Ergo direkt dann, ja. Ja, aber ich habe den ja schon. Ich habe den ja schon. Was haben sie schon? Den Implantation. Ja, aber wenn jetzt was damit ist, sagen wir mal, sie vertragen es nicht, es gibt eine Abstoßung oder es passiert was, sie stürzen oder irgendwas. Ja, wenn sie es verlieren oder wenn es irgendwie wieder rausgemacht werden muss, dann müssen sie es ja wieder neu bezahlen. Oh Gott. Ja, eben, deswegen sage ich ja, es ist ganz wichtig, dass man sich absichert für die Zähne, ja. Ja, ja. Und sie haben ja auch noch mehr Zähne, ja. Das sind ja nicht nur die Implantate. Nein, auch Brücken und anderen Dinge. Brücken haben sie auch, okay. Okay, also dann, Zahnersatz wäre bei Ihnen dann schon ganz, ganz wichtig, ja. Ja, das ist ja schon Ersetzung bekommen. Ja, also wie gesagt, das wäre bei uns alles abgesichert. Ihr gesamter Zahnersatz, den Sie jetzt haben, wäre bei uns auch mit abgesichert. Und da könnte ich Ihnen natürlich empfehlen, eine Zahenzusatzabsicherung und zwar entweder 75% Erstattung. Also Sie wissen ja, wenn Sie jetzt Zahnersatz brauchen, die Kasse zahlt ja nur einen gewissen Teil, so 30% rum, ja. 30 Cent vielleicht bezahlen diese Arschelöcher. Genau. Und wir zahlen dann zum Beispiel 75% oder, wenn Sie es möchten, sogar 90% vom Rest, ja. Von Ihrer Zahner Rechnung. Von der Rechnung. Genau. Right. Genau. Und zwar, das gilt für Kronen, Brücken, Prothesen, Reparatur von Ihrem Zahnersatz, den Sie jetzt schon haben und auch für teure Implantate. Also falls Sie in der Zukunft doch mal Implantate brauchen, wäre das abgesichert, ja. Das rechnen Sie dann mit uns ab. Ja, aber ich habe doch das Implantation und Brücken, die ich das doch schon bekommen, die ich nichts mehr brauche, ein neues jetzt bekommen, oder? Ja, aber das ist ja noch ein junger Mensch, das kann jederzeit mal was passieren, das geht kaputt oder Sie brauchen nochmal irgendwas und was ist dann? Dann müssen Sie ja wieder bezahlen. Ja, da habe ich nichts mehr, was kann man Ersetzung machen? Ja klar, dann ist, also das heißt, Sie haben schon den ganzen Mund mit Brücken und Implantaten. Right. Oben zwei Implantate bei Mitte und hinten und ganz vorne und dazwischen ein Brücken wie über Meer bauen. Right? Ja, habe ich verstanden. Das wäre alles abgesichert bei uns, ja. Ja, aber ich habe das doch schon, nicht schon kaufen, viele Geld bezahlen für drei Euro. Ja, natürlich, aber das hält Ihnen ja auch nicht ein Leben lang. Wenn Sie jetzt mal älter werden, können Sie Schwierigkeiten bekommen, Sie können jederzeit Schwierigkeiten bekommen, gerade mit Brücken, ja. Das hält nicht ein Leben lang. Ja, habe Sie das mit das Brücken bei Italien, was einfach zusammenkrachen, weil Menschen drüber laufen, kann das auch mit Zahn bei Brücken passieren? Ja, selbstverständlich kann Ihnen das auch passieren, je nachdem, wie viele Zähne überbrückt worden sind. Ja, alle. Eine Brücke kann die natürlich auch, wenn Sie jetzt zum Beispiel auf irgendwas Hartes beißen, wo Sie nicht mit rechnen, dass es hart ist, kann das jederzeit auch brechen. Und dann müssen Sie es wieder neu bezahlen. Also Sie meinen, wenn das Schwiegermonster schlechte Schnitzel machen? So ähnlich. Oh Gott. Jetzt sind wir da dran erinnern, da habe ich meine erste Szene verloren. Okay. Seitdem immer Schwiegermonster sagen. Das ist nichts gut, nichts gut, alle kaputt. Gibt aber auch nette Schwiegermütter. Ja, können Sie mir eine geben? Ja, wenn Sie mein Sohn wären, wäre ich zum Beispiel. Oh, Sie sehen nicht klingen, Reit. Aber ich kann nicht Ihr Doktor heiraten. Sie mich dann bestimmt auch hassen. Warum denn? Weil ich keine Zähne mehr habe. Sie haben, doch, Sie haben welche. Ja, das ist ja kein Richtiges. Sie haben doch gesagt, Sie haben Implantation. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Das ist ja wie Hemd von Lidl. Das macht doch nichts. Na doch. So was spielt doch keine Rolle. Das ist nicht gut. Wenn das ersetzt ist, dann macht das nichts. Dann sind die Zähne, sind ja trotzdem alle im guten Zustand dann. Sieht ja alles perfekt aus. Ja, aber da bin ich einziges Clown, was kann seine Zahne rausnehmen. Ohne ist Gebiss drunter, weil ich dann Gebiss bei Hand habe. Möchte Sie Horrorclown mieten? Kann ich Sie arbeiten, Reit? Nein. Aber möchtest du mieten? Das möchte ich nicht. Nein. Das ist nichts gut. Herr Benker. Ja? Kommen wir auf die Zahnzusatzabsicherung zurück. Ja? Und zwar, Sie kennen die Ergo Direkt? Ist der größte Direktabsicherer hier in Deutschland. Keine Ahnung. Okay. Noch nie Werbung gesehen im Fernsehen? Ich nix Fernseh gucke, das Heilige Ganesha verbieten. Okay. Ja. Was da verbietet das? Wie bitte? Ganesha verbietet das. Ja. Das ist nix gut. Das wusste ich jetzt nicht. Das ist neu. Das ist nix gut. Das ist neu für mich. Familie nix TV gucken. Computer haben. Weil in Indien wird das sehr viel Fernsehen geschaut. Ja, aber das sind ja Menschen, was nix leben bei den Heiligen Buch. Die auch ihre Götter haben, ja. Die sich nur den guten Sachen rausnehmen. Sagen, oh, Heilige Kuh, alle gut, aber dann böse Sachen machen. Ja. Aber nicht alle. Aber sehr viele. Sie gucken mal bei Indien. 2000 Leute bei Einzug sitzen, oben auf Dach. Das kann man nicht so was machen. Ja, ich... Über Indien weiß ich schon ein bisschen. Sind Sie schon mal bei Calcutta erfahren? Nein, das nicht. Aber ich wollte immer unbedingt mal in Urlaub nach Indien. Oh. Und habe sehr viele Bücher drüber gelesen. Ja. Sehr viele Dokumentationen. Ich habe auch nicht nur Romane gelesen. Ich habe auch Bücher, Biografien gelesen. Oh. Und, 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 ja. Und dann doch nix hinfallen. Ähm, nein. Aber das ist Ihre Karma. Wenn Sie wollen von Herzen gehen bei Indien, Sie bei Indien gehen. Wenn das so einfach wäre, Herr Benka. Müssen Sie, ähm, wie heißt es denn, äh, Visa haben? Meine Brüder bei Botschaft arbeiten. Nein, ich meine das nicht aus dem Grunde. Es ist auch sehr kostspielig. No. Doch. Ist sehr, sehr teuer. Was kostet denn da zu gern? Für Tourismus? Hm, so 2.000, so 2.000, so 2.000 Euro muss man schon gut rechnen. Und dann kommt noch alles Mögliche obendrauf. Also so, ich denke mal, also das, was ich vorhätte, das würde mich bestimmt 5.000 bis 10.000 Euro kosten. Oh mein Gott. Das ist, was wir immer fragen, wenn das, äh, Menschen bei ein Land gehen, was nix, äh, so reiche Land, warum Urlaub so teuer? Gucken wir mal, Arabisch, aber Ägypten, das arme Land, Urlaub, kann dir nix bezahlen. Gleich bei Indien, Pakistan, Nordkorea und anderen. Kann man nix bezahlen, aber arm Land, sehr arm. Ach, Ägypten bekommen sie ganz günstig. Ja, aber da will ich ja nix hin, da ist ja Bombenwetter. Ja, da will ich auch nix hin. Und bitte, da, das, und wenn Sie, sind Sie schon mal bei, äh, bei Pakistan gewesen? Äh, nein, aber ich war Thailand, Mauritius, Afrika. Äh, das ist gut, weil wenn Sie bei, äh, bei Pakistan, äh, das, äh, Stempel bei Passport haben, das Indien, Sie nix so sehr mögen, weil das nix gut, Pakistan. Nö, da war ich noch nie. Gut. Da will ich auch nix hin. Das ist auch scheiß und dreckend. Weil, das interessiert mich nicht. Das ist gut, da gibt auch nix Gutes zu sehen. Ja, da ist auch nix, was mich interessieren würde. Das ist sehr gut. Interessieren, interessieren tut mich die indische Kultur. Ja, sehr gut, sehr gut. Sind Sie schon mal bei, äh, bei SIG-Tempel gewesen? Äh, bisher noch nicht. Bei uns hier ist keiner. Wo ist Ihr, äh, Ihr, 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 Ihr Callcenter? Wir sind in Offenburg. Das, äh, Offenburg ist das bei, ähm, wo ist das bei, ähm, wo ist das bei, bei Baden-Württemberg? Genau, in Baden, zwischen Freiburg und, äh, Karlsruhe. Na, ich mal bei Bodensee Urlaub machen. Ja, sehr, sehr schön. Das ist von uns auch zwei Stunden entfernt, zweieinhalb. Ja, wenn Sie mal bei Berlin kommen, Sie dürfen sich angucken. Gerne. Sehr gut. Gerne. Nein, ich war, ähm, ich war schon in indischen Tempeln. Sehr gut. Auf Mauritius und, ähm, wo war ich noch? In Nairobi war ich im indischen Tempel. Und sind da auch Inder drin gewesen oder so? Ja, 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 ja. Möchte gern Inder. Ja. Was denn? Ägter, ägter oder falsche Inder? Echte. Gut, sehr gut. Weil viele Menschen, äh, viele Menschen Geld mit der, äh, Figur, mit der Musik, mit das, äh, Land machen, aber selber nichts ändert. Ist schon viel zu lange her, da gab sowas noch nicht, dass irgendwas Falsches oder so gegeben hat. Da hat man sich drauf verlassen können. Ja. Außerdem haben wir, ähm, auf der Insel Mauritius, wo wir sehr oft waren, äh, sehr viele Freunde gehabt, die aus Indien waren, aus Südindien. Das ist sehr gut. Mhm. Da haben sie gute Karma. Und die haben uns auch hier besucht und, äh, ja, und, äh, war ich oft in Frankreich bei Freunden, die auch Inder sind. Oh, sehr gut. Äh, ja. So, jetzt kommen wir aber nochmal zur Zahnzusatzabsicherung. Also, sie haben bei uns keine Wartezeit, ja, sie sind vom ersten Tag an sofort abgesichert. Keine Wartezeit mehr? Nein. Das ist sehr gut. Das heißt, also, sie haben vom ersten Tag an auch Geld zur Verfügung, ja. Das ist gut. Und wir haben eine kurze Aufbauphase von nur vier Jahren und keine Vertragslaufzeit, monatlich kündbar. Das ist auch sehr gut. Und weltweiten Versicherung. Also, ich finde das sehr gut, weil jedes Mal bei Doktor ein Stunden, zwei Stunden, manchmal zwei Stunden warten, dann ist keine Wartenzeit sehr gut. Und, ähm, also, sie sagen jetzt, also Implantate möchten sie in Zukunft dann keine mehr, weil sie haben ja bereits schon alles. Ja, wenn man alles, kann man Implantat machen, ist besser, weil Brückennerven, das ist sehr katastrophisch, weil manchmal das Verwechslung machen, dass Brücke von unten oben reinstecken und anderen, und nichts funktionieren. Das ist wie mit Legos spielen. Das ist eine Prothese, ist keine, ist keine, ähm, das ist dann keine Brücke, das ist eine Prothese, die sie meinen, die man rausnehmen kann. Ja, ja, immer rausnehmen und dann das, äh, falsche Platz dann machen. Das ist eine Prothese. Okay, das ist dir auch egal. Mhm, also, da kann ich Ihnen jetzt mal ein paar Beispiele sagen, also eine Absicherung zu 75 Prozent wäre dann zum Beispiel bei Ihnen für 12,80 Euro, ja? Ja. Pro Monat. Oder 90 Prozent Absicherung bei Zahnersatz. Das heißt also 90 Prozent bei Kronen, Brücken, Prothesen und Implantate. Ja. Das wären 17,90 Euro. Aber ich hab den doch schon, den Implantation, right? Klar. Aber wenn die Brücken jetzt kaputt gehen und Sie möchten nochmal Implantate, ja, dann wären die Implantate hier abgesichert, sodass Sie dann nur noch 10 Prozent bezahlen, zum Beispiel. Sie zahlen nicht mehr alles, sondern Sie zahlen 10 Prozent. Von wie viel, wie viel Geld bei Sie ein Implantat kostet? Von der Zahnarztrechnung. Was bei Sie ein Implantat, ein Implantat, bei Sie 2.000 Euro kostet? Nein, nicht bei uns, sondern beim Zahnarzt. Und da haben Sie bei den Zahnarzten keine Wartezeit mehr? Sie haben keine Wartezeit bei uns. Das heißt, Sie sind sofort ab dem ersten Tag abgesichert. Weil Sie keine Wartezeit haben, weil Sie keine Implantaten haben. Oder wie ich meine? Ich glaube, Sie verstehen mich falsch, Herr Benka. Ich glaube auch. Darum fragen. Man kann fragen, den Menschen kann geholfen werden. Das ist eine sehr wichtige Leitkultur. Also, Sie haben keine Wartezeit. Bei Versicherungen muss man normalerweise erst sechs Monate einbezahlen, bevor man auch nur einen einzigen Cent bekommt, wenn man zum Zahnarzt geht und eine Rechnung hat. Das ist ja wie bei Mafia. Nö, so ist es halt. Sag ich doch, das ist ja wie bei Mafia. Nö, das ist völlig normal. Bei jeder Versicherung haben Sie eine Wartezeit. Außer bei der Kfz-Versicherung. Wenn Sie eine Versicherung abschließen, haben Sie immer erst eine Wartezeit, bevor Sie sie in Anspruch nehmen dürfen. Dass ich eine Autoversicherung habe und nichts brauche. Ja. Dankeschön. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Ja. Nee, nee, nee. Ich rede aber von der Zahnzusatzabsicherung. Wegen Auto? Nein. Für Ihre Zähne. Ja, aber was denn? Warum das Auto da jetzt sagen? Nichts verstehe. Weil das war ein Beispiel. War nur ein Beispiel. Ball spielen? Es war nur ein Beispiel. All right. You understand? I speak in English. Only ein Beispiel. Yes, we can do it in English, if you prefer. I would prefer it, but I'm not allowed. But why not? That's customer service. Because I have, no, I have to tell it to you in German and you have to understand it in German. That's the problem, yeah? Yes, it is. But why? What's the reason, if a customer can do it in English, why do you have to do it in German, if you do misunderstanding with other people? If you don't understand me, yeah? I try to translate it in English, yeah? That's very kind. Because I thought now you don't understood what I said, yeah? Because of the insurance. So I said it in English, okay? Where did you pick up your good English? It's not very good. Oh, it is. I once talked to, uh, two days ago, some call center guy called me, tried to do the scam. He told me I have to pay something to win the prize. And his English was very bad. And I asked him, where did you get your English? Did you get it from Kaugummi Automat? três iche. Und erse extrem links wütend werden und bei Telefon schreien. Oh. Das, ich habe, ich habe das liegen. Das krieg mir zu laut. But why? Du schauf. Das, but he tried to do the scamming. Das ist ein Betruger bei Telefon, ich das kaputt. Ich verar welche machen. Ich habe den kaputt machen. Sind wir nicht. Das habe ich ja nichts sagen. Nein, nein, nein. Oh Gott, das ist, ich sowas nix sagen. We are insurance. Insurance for your teeth, ja? Teeth? For the tit? Teeth. Teeth, okay. Ihre Zähne, ja? Ja, sei Gott, I just missed... Nichts nicht betrug. The next misunderstanding happened. It's okay. Things like that happen every day. Ja. It's not affecting the karma and the chicken tikka masala. Mmm, I like it. The chicken tikka masala? Ja, I become hungry. Oh, that's very good. My wife is making some right now, but you're too far away. Otherwise, I would invite you to come sit down with your paper so I can read it. Ja, it's too far away, sorry. Oh my God. I think it's 10 hours to drive. Yes, if you're a slow driver, you will need more time. If you're fast driving, you will do it in less time. Normally I'm fast. You can use the airplane. But make sure there's no terrorist in the airplane. It could be dangerous. Check everyone who is waiting for the plane. You said, let me pat you down. I need to see if you have the bump, okay? Yes, like this. You could do it. I bet they don't let you on the plane then too. Yeah, that's the problem. It is indeed. In our days. So does your manager need English lessons so you can allow to talk English to other people? It's because he don't understand it? No, he understands it. He speaks more languages like me. No, which language do you speak besides from English? The only German, German and English. Oh, that's too bad. I know. No. But, Mr. Baker, now we have to go back to the topic. Yes, we did it several times already. Also, Sonny, was möchten Sie sagen? Ja, und zwar, es geht hier um die Zahnzusatzabsicherung, ja. Also, ich habe Ihnen ja gesagt, da gibt es die Möglichkeit, sich zu 90% Absicht abzusichern. Wenn jetzt was wäre mit Ihrem Zahnersatz, ja, für 17,90 Euro pro Monat. Ja. Was sagen Sie dazu? Wozu? Zu unserem Angebot. Entschuldigung. 17,90 Euro. Nichtraatmen. To our offer. 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 The offer. For the insurance. Yes, I still don't know why should I need it. I already have the replacement. I have everything. Yes, I know that you have the replacement, but it can... Many things can happen to your replacements. Right. And if you are not insured, you pay it again. But I just go to doctor and say, do it right. You did the fuck up. Why do you do it? Yeah, but the doctor will send you the bill. No, if he did something wrong, he had to pay for it. No. No, no, no. The doctor not. The doctor fucks up the implantation and I have to pay it. It's like mafia. Again, we're back to topic. It's like the mafia. Yes, yes. I can go to Indian shaman. They will do it. Okay. Then maybe you do it there. Then it's cheaper. Oh, it is. They hit you on the head and you don't feel anything. Okay. Are you laughing about Indian shaman? No, I don't want to be hitting... My grandfather is Indian shaman. I don't... Oh, sorry, sorry. But I don't want to be hitting on my head. It only hurt one time. If they do the tea trap pair without hitting you on the head, it will hurt all the time. Ja. Aber hier bekommt man Spritzen. Yes, das aber das Menschen Allergik bei Spritzen geben. Haben Sie eine Allergie? Ja, Penicillin. Und Aspillin. Ah, okay. Na, na, ja. But, ähm... Warum Sie Englisch reden? Warum rede ich Englisch genau? Weiss nicht. Sie sehr konfuzios machen. Ja, ich kann switch off in Englisch und ich kann switch off in German. Switch on off. Also, wenn Sie Sprachen möchten, können wir Russisch machen. Äh... Hm... Nichts Russisch sprechen. Das kann ich nicht. Nein. Paar Ruski kagadela? Nieto? Jetzt verstehe ich. Oh, sehr gut. Wodka. Okay. Herr Benka, dann, ähm... Sie... Ich glaube, ähm... Das mit unserer Zahnzusatzabsicherung, das ist nicht ganz verstanden worden. Nein. Ich glaube, wir... Ja. Ja. Es war ein nettes Gespräch mit Ihnen. Ja, ja. Ich wünsche Ihnen noch alles, alles Gute, ja. Ja, und, äh... Und passen Sie auf sich auf. Ja, das werde ich sehr machen. Und was jetzt das Sinn von dem Anruf gewesen? Nicht sehr viel Spaß haben, aber nichts verstanden. Genau. That's it. Okay, das... Das... Okay. Alles gut. Sie auch... Sie auch Clown? Sie wolle Spaß machen? Ähm... I like to... Ja, ich mach gern Spaß. Warum? Weil jetzt anrufen, ganze Zeit reden, auflegen. Ja, ich muss jetzt auflegen, weil sonst mein Chef mit mir schimpft. Chef? Ja, ich habe einen Chef. Ja. Und der steht hinter mir. Und ich bekomme gleich Ärger, wenn ich nicht über die Zahnzusatzabsicherung, sondern über was anderes spreche. Ja, wir die ganze Zeit von der Szene reden. Und die können wir sagen, ich soll ein neues Zahn haben bei oben, bei unten und dazwischen. Okay. Ja. Also, dann habe ich Ihnen ja gesagt, 90%. Ja, ja. Also, 90%. 100% neue Szene haben. 100% alle neu machen. Wege das... Ja, 100% bei der Regelversorgung und 90% bei dem, was Sie privat noch zahlen müssen. Das wären 17,90 Euro im Monat. Sie sind ja nicht die junge Frau, aber jetzt schon, sei mal sagen, ich soll neue Szene haben. Ja. Haben Sie gesagt. Ja. Okay. Gut. Also, wie verbleiben wir jetzt? Äh, excuse me? Was, was Sie meinen... How can we continue? I try to tell you... Maybe you try to tell me the joke or something? No. I do... In this topic, I cannot make jokes. It's not possible. It's my job. Right. Wie... Dann muss ich einen Jog machen. Sie kennen das, wenn bei einem Zug bei Indien 300 Leute auf dem Dach sitzen. Ja, klar. Und bei Deutschland, wenn Sie mit, äh, mit Zug fahren, das, äh, Menschen, wo das, äh, Ticken-Control machen, immer sagen, genießen Sie den Fahrt in vollen Zügen. Und jetzt, Sie sich vorstellen, das spielt von Indien, wo das Leute auf dem Dach sitzen. Gut, gut, super. Ja, daher das kommen. So, ich hab's sofort verstanden. Aber das in vollen Zügen heißt auf Deutsch was ganz anderes. Das bedeutet, äh, nicht volle Züge, sondern, äh, dass man es genießen soll. Vollkommen. Ja, enjoying. Yes. Okay. Okay, perfekt. Ich weiß aber nichts, wie soll das Spaß machen, da auf Zug drauf zu sitzen. Das weiß ich auch nicht. Das immer nur den unteren Kasten machen. Ja, also ich könnte es auch nicht. Das ist sehr gut. Sie, gute Sympathie, Punkt, machen Sie unbedingt gern bei Indien? und Karma erfüllen. Okay, mache ich, Herr Benka. Das ist sehr gut. Dann, alles Gute für Sie, Herr Benka, ja? Ja, ich möge Ganesha Sie behuten. Danke, vielen, vielen Dank. Ja, auf Wiederholung. Ja, tschüss. Wiederholung. Ja, bye. Ja, ich weiß nichts, Frau, ganze Zeit reden, da bin ich nichts verstehen. Dorian, kannst du...